Wir sind hier auf der MoTeX 2022 und haben besonders viele Neuheiten und Innovationen dabei. Was sehen wir hier und was sind die Anwendungsgebiete? Hier sehen wir eine unserer spannendsten Innovationen, den Palettenwechsler. Dieses ist eine Kombination aus unserem Werkzeugwechsler und dem Nullpunktspannsystem und damit eine Erweiterung unseres Portfolios bei den Nullpunktspannsystemen. Wie der Name schon sagt, ist er dafür geeignet, Paletten zu wechseln. Das bedeutet, dient der Maschinenbestückung. Kann aber auch beim Handling von Bauteilen in Portalen eingesetzt werden und bei Robotern mit hoher Wiedererholgenauigkeit. Und welche Besonderheiten bietet der Palettenwechsler? Die Besonderheiten sind vielfältig. Besonders hervorzuheben ist der niedrige Aufbau und die schlanke Bauweise. Damit einhergehend auch die maximale Ausnutzung des Maschineninnsraums, bei der Maschinenbeladung. Außerdem ist es ein sehr steifes System, wodurch auch sehr schwere Paletten gehandelt werden können. Und welche Vorteile gibt es? Da gibt es auch einige. Dadurch, dass es ein modulares System ist, basierend auf unserem Werkzeugwechsler, kann der Palettenwechsler auch in der Wechseleinheit mit anderen Komponenten einhergehen und parallel zur Maschinenbestückung auch andere Aufgaben übernehmen. Außerdem ist er geeignet für die Vollautomatisierung. Das bedeutet, reden wir von vollautomatisierten Anlagen. Ist das Ihre Wahl? Für unsere neuesten Technologien und Innovationen besuchen Sie unsere Webseite.